So, so, so YouTube. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu Geotastic. Was ist Geotastic? Ja, Geotastic ist ein Spiel, wo man genau herausfinden muss, wo man ist. Und wir machen das in drei Runden und lassen uns unendlich viel Zeit und versuchen, die 18.000 Punkte zu bekommen, die man, je dichter man am Ziel ist, bekommen kann. Und wir starten rein in Runde 1. Runde 1. Ein Tempel. Und wo sind die ersten Hinweise? Da. Ich glaube, das sieht mir doch fast nach Taiwan aus, oder? China gibt es nicht. Oh, oder sind wir mal in Makao wieder? Oh, das wäre stark. Da waren wir lange nicht mehr. Oder Singapur. Oder Hongkong. Lane 346, Shanxi Road. Okay, wir müssen auf jeden Fall in dieser Region sein. Ich glaube, die heißen hier Lane. Avenue, nicht? Und Lane. In Südkorea hätten wir, ähm, Rowe und so. Ahingyong, Second Street. Flughafen wäre westlich. Tainanese. Okay. Tainanese. Anjong Road. Mh, gibt mir ein paar Hinweise. Außer leckeres Essen. Aber ist ein bisschen sehr offen für Hongkong und Co. Na gut, Hongkong würde ich fast noch sagen, okay, wäre möglich. Aber für Makao. Makao ist sehr, sehr gedrungen. Nicht? Die haben halt auch nicht sehr viel Platz. Classic Teddy. Und für Taiwan ist das hier fast zu ordentlich. Und zu viel Englisch vor allem. Super Quinn Group. Take out. My warm day. Kaffee und Brunch. Hm. Wenn mehr Spanisch wäre, hätte ich Singapur vielleicht in Erwägung gezogen. Aber Singapur hat auch so seinen eigenen Charme. Seoul. Südkorea? Nee, wir sind never ever in Südkorea. Außer hier heißen die Straßen den Iroh und sowas. Gut, kann natürlich sein, dass in Seoul die anderen Namen haben, weil die vielleicht früher Englisch besetzt waren. Oder Irgendwie sowas. Historisch irgendwie. Hm. Magic T. Was ist denn? Okay. Hier ist so ein richtiges Spielparadies. Hier kannst du alles rausziehen. Die parken direkt mit den Autos da drin, damit sie gleich die Gewinne reinpacken können. Nicht wahr? Krass. Family Mart. Was haben wir da hinten? CBC. It's CBC Goro Goro. Hm. Money Transfer. Oh, da stand was. Boogie Burger. Spicy Queen. Nee. Hat er irgendwo was gesehen? Fiersten. Every day is a good day. Naja, okay. Dann war es wahrscheinlich Every day is a good day, was ich gelesen habe. Magic T. Also Magic Mr. T. Wer kennt noch Mr. T? Und ja, gute Nacht, falls irgendjemand ins Bett geht. Dann schlaft schön. Der Chat ist auf jeden Fall heute sehr ausgedüngt gewesen. Aber schön für alle, die da waren. Vielen Dank auf jeden Fall. A young road. Wow. Okay. Sieht verrückt aus. Mit diesem, wie so ein, ja, weiß nicht, Rollenspielhaus oder so. In so einer, ja, Baldur's Gate Stadt artig. Was gibt's noch so Schönes? Beat the Floor, Dance Studio. Oh, da. Warte. Doch, Taiwan. Tusheng. Okay, hätte ich nicht gedacht. Haben die auch Section und Road? Okay. Aber wir wissen, wir sind bei Tusheng. Tusheng, nicht Tashung. Tusheng. Da waren wir doch eben auch schon. Tusheng, Tainan. Tai Yon, Taipei. Tusheng. Nee, das ist Tatcheng. Wir suchen Tusheng. Taitung. Kausheng. Okay, wo ist die Acht? Ich glaube, das ist einfacher. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, fünf, drei, dann muss ich immer an bei der Musik an Dings denken, stirbt langsam Teil 3. Jetzt ist ja bald Weihnachten, dann muss man den ja wieder gucken. Tusheng. Okay. Das ist doch wieder Scheiße. Eins, drei, vier, fünf, sechs und sieben und acht taucht nicht auf. Tusheng, Freeway. Hm. Oder haben die hier auch, äh, nee, die haben andere Bezeichnungssysteme nicht. Gut. Nicht, dass die doch, äh, auch eine Blume haben. Die Blume kenne ich eigentlich nur aus Taiwan. Haben die Inseln? Nein. Tusheng ist keine Insel. Und da wäre auch keine Autobahn. Aber das ist doch komisch, nicht? Hier ist die Zehn. Da ist die Acht. Warum? In der Zoomstufe sehe ich das. In der nicht mehr. Doch, da ist sie. Jetzt ist sie weg. Wow. Jetzt ist sie wieder da. Warum das nicht in jeder Zoomstufe da ist? Okay, die führt nur einmal durch die, durch die Stadt so ein bisschen, nicht wahr? Die fängt hier irgendwo an. Entscheidend hier. Und hier ist sie schon weg. Hier ist noch die 17 und auf einmal wird die 17 zur Acht. Ab der Stelle hier. Okay. So und das führt nach Tusheng. Das heißt hier an dem Ende müsste Tusheng sein. Ist es aber nicht. Hm. Vielleicht heißt die Region Tusheng. Das kann sein. Nee, der heißt Taiwan. Kuashung. Und hier oben haben wir Shishai und Tainian. Hm. Tusheng habe ich auf jeden Fall schon mal gelesen. Das muss was Großes sein. Alles klar. Also sind wir irgendwo hier. In der Ecke zumindest. Was haben wir da drüben noch? Da steht nämlich die Section Bayer Ahong Road. Anji Road. Anji Road. Da wären wir ja schon draußen. Das heißt irgendwo hier. In der Ecke. Section 1. Hm. Die 140, die rote. Ich glaube das ist aber nicht eingezeichnet hier. Hier. An. Shang. Ah, verdammt. Hm. Was haben wir hier oben? Gar keine Straßennamen. Oh, das ist ja blöd. Hier auch nicht, nicht? Doch. Gongsu Road. Taiching Boulevard. Zu Han Road. Anhe Road. Gongoyim. Gut. Songgang. Songyunggang. Bayan. Anzong. Nee, Anxiong. Ah, knapp der Name ist auch vorbei, nicht wahr? Anfeng, Anxcheng, Anfeng Yon. Und hier ist wieder die Anhe. Okay, das hilft also nicht weiter. Ich gehe nochmal zum Start. Wir sind ja mitten im Hinterland hier. Ich fahre mal nach Süden. Da ist ein grünes Schild. Wir können nicht nach Süden. Interessant. Ähm. Warum nicht? Wir nach Süden. Ah, da. Okay. Da ist nur ein anderes Bildmaterial. 192 bis 136 und 189. Aber ich kann die Namen nicht mal lesen. Okay, was haben wir hier? Auch nur irgendwas, was ich nicht lesen kann. Ungewöhnlich eigentlich. Ungewöhnlich. She unwrote. Okay. Unse wrote. Habe ich auch alles nicht gelesen bis jetzt. Ähm. Dann kommen wir auf eine größere. Ah. So halb. Aber hier steht auch nix. An Tong. Alles mit A. Aber auch A Tong habe ich nicht gelesen. Ist das ein Fluss? Das könnte hilfreich sein. Ist das ein Fluss? Der verläuft Ost-West. Ist ein Kanal sogar. Okay. Wir brauchen also einen Kanal, der Ost-West läuft. an der Acht. Und den gibt's nicht. Hier läuft alles nur Nord-Süd. Hier ist was. Ist das die Anchi Road? Nee. Hier hinten der. Yuan Road. Nee. Ist auch nicht. Song Hon Road. Ist es auch nicht. An Ping. Xi Jinping Road. Ist es auch nicht. Der River wird's nicht sein. Das sieht hier auch sehr städtisch aus. Ein typischer Innenstadt-Kanal. Ha. 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 Der hier sieht eigentlich ganz gut aus. Aber hier gibt's halt keinen Straßennamen. Und keine Stadt vor allem. Song She Road. Die Straße ist auf der falschen Seite. Hier ist noch einer. Die Straßen hier haben wieder keinen Namen. Ist auch ein bisschen schmal, der Fluss. Und wir fahren ja Richtung Acht. Also viel weiter als von hier kann's ja eigentlich nicht weg sein. Dann gibt's ja eigentlich nur das Ding. Das war's eigentlich. Oder halt hier unten die. An Ping. Yan Ping. Yan Ping. Yan Ping. Aber hieß die eine nicht irgendwas mit Aping? An Bai? Die hießen alle irgendwas mit A nicht. Ach man. Section 4. Wie ist unsere Road grad? An Si. An Si Road. Aber der ist lang genug, dass man ihn auf der Karte sehen müsste, nicht? Der ist breit genug. Der ist 10 Meter breit oder 11. Das muss man erkennen. Hier kann man nicht weiterfahren. Jetzt mach dein Knick nach Norden. Ah, also wir kommen aus Westen. Machen eher einen Knick nach Norden. Passt alles nicht hier in der Ecke. Taiwan ist halt auch echt riesig, nicht wahr? Shang-Chi Road. Hier. Shang-Bai Road. Die muss ja auch parallel zu dem Ding laufen. Ping-Dango Road. Auch nicht. Hm. Also die Sachen, die ich sagen würde, die passen, die sind nicht da. Hm. Kann natürlich auch sein, dass sie hier einfach keinen Straßennamen dran haben. Oder dass es inzwischen anders aussieht, nicht? Die Bilder sind von... 2022. Da kann Taiwan ganze Städte aus dem Sumpf zaubern, nicht? Also das ist schon verrückt. Und da ist wieder das Stadttor. Ein anderes aber. Nicht unseres, wo wir starten. Aber auch richtig hübsch, nicht wahr? Richtig, ähm, ja. Wie heißt das? Chinatown. Da denke ich gleich an dieses Tor aus Mafia 1. Wer kann sich erinnern? Das war krass. Dahinten ist noch eins. Das ist der Tempel wahrscheinlich. Ja, das ist der Tempel dazu. Aber schon mit elektronischer Anzeige. Ganz wichtig. Und natürlich auch, äh, hier drin, digitales Smartphone-Bezahlsystem. Damit man seine Spende auch, äh, ohne Kleingeld direkt virtuell abgeben kann. Für den Adalas. Hier Police hilft mir aber auch nicht weiter. Polizeistation. Der Tempel hilft mir auch nicht weiter. Die haben halt tausende Tempel, nicht wahr? Straßennamen hilft mir nicht weiter. Der Fluss hilft mir nicht mal weiter. Hier ist noch mehr Fluss. Hm. Gut, die, die haben halt die ganzen Städte auf, auf Wasser gebaut, nicht? Die haben Sümpfe trockengelegt und alles hochgezogen. Parkname könnte helfen. Ah, kann ich nicht lesen. Das hier ist doch eine Grünfläche über zwei Blocks. Hm. 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 Ja, wir wissen, wir kommen zur Acht. Ich weiß nur nicht, in welche Richtung. Antong, Second Street. Das habe ich noch nicht gelesen. Antong, Anton, Anting. Normalerweise heißen ja die Bezirke Ansi dann eine Weile auch ähnlich, nicht? Also, wenn du eine Ansi findest, findest du alle Ansi-Straßen oder alle Antong-Straßen und findest du alle Antong-Dinger bei Unroad. Ey, guck mal, das Ding muss ja riesig, okay, das ist ja größer, als ich gedacht hätte. Nach Westen und nach Osten. Das kann ja nur das Ding sein. Okay. Na gut, oder das hier. Antong Road. Geht doch. Dann sind wir hier gerade. Antong First oder so sind wir gewesen gerade. Antong 6. Und jetzt suchen wir Ansi. Und Ansi muss doch denn auf dieser Seite hier sein. Ja, die heißt Chu-An-Road. Und wir haben doch aber die Ansi-Road an einem Dings gehabt. Okay, wir gucken mal. Wie hieß unsere Antong? Antong Das ist die Seitenstraße. Chu-An-An-Road. Hä? Okay. Chu-An-An-Road. Das ist die andere Seite, nicht? Chu-An-An-Road. Section 5, Section 4. Das heißt, wir sind gerade hier. Okay, auf der anderen Seite ist Antong. Ach, Ansi wird mit X geschrieben, nicht mit S. Deswegen finde ich es nicht. Oh Mann. Das ist immer ein Scheiß. Oh. Ups. Weiter, Back to Road. Das wird anders geschrieben. Mein Gott. Ja. Nach Süden. Nee, wir nehmen hier nach Norden. Da kommen wir nämlich auf die große Straße. Das ist am einfachsten. Hier ist nämlich auch der Tempel abgebildet. Jetzt haben wir ihn danach nämlich auch gefunden. Das heißt, in der Nähe des Tempels müssen wir auch irgendwo sein. Und da steht der Straßenname von unserer. Nee. Stimmt. Bei uns stand nämlich kein Straßenname. Das war ein Problem. Deswegen musste ich bis zur Seitenstraße fahren. So. Und die hieß nämlich Ansi Road. So. Und hier steht aber Ansi Road. Aber das ist anscheinend das gleiche dann. Google und seine Daten. Aber wir sind nicht Ansi First und nicht Ansi Second und nicht An-He Ansi Road. Hier, die sind wir. So. Und jetzt müssen wir in die Straße rein und dann wissen wir Ecke, was wir sind oder auch nicht. Wow. Shit. Ecke Anjong Road. Okay. Anjong Road. Ansi. Anthong. Ich glaube, Anthong ist Anjong. Kann das sein? Anthonger. Anshong Road. Könnte auch sein. Ich glaube fast, wir sind hier, oder? Weil was anderes würde gar nicht mehr gehen. Also entweder hier Anxong Road Section 1 Lane 77. Wurde aber nicht passen. Da steht 310. Oder halt hier. Dann wäre die aber eine große Straße. Na, es kommt hin. Uff. Man sieht hier richtig, dass das mal Sumpf war. Okay. Nochmal zum Start. Wir können mal nach Osten. Da bin ich noch, glaube ich, gar nicht lang. Okay, nach Osten haben wir eine komplette Veränderung von, hier ist ein Häuserblock, zu, von wann ist das Bild? 2022 zu 2021, ja, nicht? Also 2021 war hier noch Feld und nix und Müll. Und 2022 ist hier ein riesen Häuserblock. Okay, dann vertraue ich mir dem Bild lieber. Das heißt, wir haben hier so einen abgekanzelten Bezirk von unserer Straße aus. Und die kann ich wieder nicht lesen, die beiden. Und deswegen musste ich weiterfahren. Und wir sind von der hier nördlich. She Unroad. So. She Unroad. Und von der sind wir nördlich. Das heißt, wir stehen hier. Beim Start. Das könnte sogar passen. 46... Die Straße vor uns Norden macht einen Knick. Tut sie nur nicht. Und hier ist noch eine Straße dazwischen. Ah, es könnte nur ein Fußweg sein. Und eine Rollerstraße. Und dann... Wir fahren nach Norden und kinken dann nach Osten auf die Ab. Das passt schon. Warte mal. Die daneben müsste so ein Kreisverkehr sein. Reinfahren und so ein Kreis. Okay. Das ist doch gut. Guck mal. Das wäre die hier. Reinfahren. Und... Aber da kommen ganz viele Straßen. Okay. Das heißt, diese kleine Straße, die gibt es gar nicht. Nee, ich bin hier reingefahren, nicht? Hm. Okay, nochmal. Also nach Norden. Durch Stadttor. Jetzt fahren wir von unserer Straße nach Süden. Und hier kommen zwei Straßen nebeneinander. Das wären die beiden. Hä, aber dann müssten wir ja hier rauskommen. Können wir irgendein Geschäft identifizieren? Double Fitness Annahmen. Hier ist Autofilm. Müsste hier Double Fitness sein. Und das ist Runde eins. Annahm District Social Warfare Service Center. Das klingt gut. Service Center. Double Fitness. Könnte passen, nicht wahr? Okay. Wenn wir nach Osten fahren. Müssten wir auch auf die Straße kommen. Auf die gleiche. Na gut. Und wir kommen aber nicht dahin. Weil da der Häuserblock im Weg ist eigentlich. Aha. Dann könnten wir hier stehen und hier ist der Häuserblock im Weg. Aber nördlich von uns gibt es keine Straße. Doch, es gibt noch die hier. Aber die kann ich auch rein. Oh, okay. Das ist gut. Und das ist aber eine Sackgasse. Weil ein neuer Häuserblock da ist. Das macht alles keinen Sinn. Das ist die hier, nicht? Aber das würde nicht passend viel zur großen Straße kommen. Wir sind viel dichter hier dran. Warum hat denn genau unsere Straße in den Umgebungen keine Hausnummer? Kein Dings. Okay, nach Westen. Nach Westen ist ganz lang. Da kommt nix. Da kommt ewig nix. Und dann kommen wir auf eine große Straße. Halbwegs groß. Und da ist Land Schu-Tan Company. Okay. Norden, Osten, Süden, Westen. Gegenüber wäre Dicken-Dingmill-Park. Ich weiß nicht, ob das ein Park ist. Ich kann da sogar rein. Ne, kann ich nicht. Was ist das hier? 32 bis irgendwas. Das passt nicht. Okay, nochmal die Straßen haben. Boah, also das ist gerade echt eine Kackrunde. 30 Minuten, obwohl ich genau weiß, wo ich bin, bin ich so unsicher. Und da ist der Baum im Weg. Ich frage mich, wie sollen normale Leute erkennen, wo sie sind? An Yong Street. An Yong First Street. Und das wäre nämlich Antong Second Street. Und das Antong First. Wir suchen aber An Yong. Hier wäre Antong First. Das passt besser. Ja, das passt besser. Dann stehen wir hier. Irgendwo. Das macht auch Sinn. Unsere hatten nämlich keinen Namen. Hm. Und das ist die Straße, die man, die kleine, die man reinfährt. Das heißt, wenn ich bei uns rauskomme, nach rechts fahre, dann müsste ich in den Kreisverkehr kommen. Okay. Das erklärt auch die beiden abgehenden Straßen. Dann stehen wir hier. Das sind die beiden hier jetzt. Also, wir starten hier. Na. Jetzt fahr. Jetzt kommt hier eine nach links und eine nach rechts. Das sind die beiden. Wir sind hier. Wenn ich die reinfahre, komme ich nämlich nicht mehr weiter. Dann fahren wir raus. Fahren. Xing. Pun Enterprises. Okay. Das könnte das hier sein. So, das wäre die Straße. Und die führt nämlich gegen den neuen Häuserblock. Und das ist genau das, was ich sehe. Diese Palme, die hier zwischen steht. Und da kommen wir nicht mehr weiter. Ja. Das sind wir. Okay. Gegenüber können wir auch reinfahren. Da dürften wir auch nicht mehr weiterkommen. Doch. Da kommen wir weiter. Aber da geht es nicht mehr. Geht es nur rechts rum. Das passt. Ja. Dann sind wir da. Dann sind wir genau an der Stelle. Hätte ich nicht gedacht. Also, wenn wir jetzt das auf das Haus, was abgeknickt ist. Hier. Aber das müsste eigentlich da stehen. Egal. 0,31 Meter. Boah. Da hätte ich mich fast verjagt. Ich hätte mich hier hingestellt am Anfang. Weil unsere Straße Angsi Road hier hieß. Aber dann heißt die hier auch anscheinend Angsi irgendwas. Oh Mann. Und ab zu Runde 2. Jetzt quälen wir uns noch durch, nicht wahr? Oh no. No dogs allowed. By order of the Beers. Was? Beers? Pencils Committee and the Landowners. Are they pose a real threat to livestock? Okay. Dogs have been shot in the past on farmland in this area. Okay. Radikal. Radikal. Ist doch wieder Isle of Men oder sowas. In die Richtung, da kommen wir doch direkt im Nirgendwo an. Prost übrigens. Prost übrigens. Hm. Hey. Setze mich einfach zurück. Ah, hier ist Navigieren wieder so blöd. Aber ein schönes Häus hier, nicht wahr? Komm. Gib Gas. Gib Gas. Genau wie ihr mit euren Likes. Und Abos hoffe ich. 16 mag ich Bewertung. Sehr stark. Na komm schon. Endlich. Jawoll. Ja. Jetzt können wir uns bewegen. Jetzt reden wir mal drüber. Können wir doch Südengland oder sowas sein. Oder diese Insel. Mein Gott. Er setzt mich immer, wenn ich in die eine Richtung will, in die andere. Okay. Hier ist aber Sense, nicht? No dogs allowed. Nordwesten nach Westen. Auf jeden Fall haben wir eine schöne Küstenlandschaft mit einzelnen Häusern. Total krass. Gut. Mehr Hinweise werden wir fast nicht kriegen, oder? Auf eine lange Weise. Das ist blöd. Wie ist der hier reingekommen, ist die bessere Frage mit seinem Auto. Hm. Spannend. Und warum sind wir vor allem am Arsch der Welt im Startpunkt? Nicht wahr? Bis wir uns hier rausgeklickt haben alleine. Oh ja. Hier ist eine halbwegs vernünftige Straße. Die hat man nicht gesehen. Ey. Irgendwas. Dann fahren wir erstmal nach Nordosten. Alte Ruine. Hm. Komm. Gib dir Mühe hier und fahr mal. Ja, könnte EU gewesen sein. Und wann sind die Bilder? 2019, 18. Okay. So, in der Isle of Men sind eigentlich immer hier am Rand die Straßennamen. Aber ich glaube nicht in so einer Gegend wie hier. Auch manchmal in England oder auch Irland. Da haben wir. Da war gerade ein Straßennamen? Ah. Kacke da. Nur Achtung Kurve. Wow. Wirklich. Oh nee. Hier haben sie Bildprobleme oder was. Oh. Boah. Aber zum Glück nicht dauerhaft. Ja, da muss Maps noch ein bisschen seinen Datenbestand aufräumen, nicht wahr? Damit das alles ein bisschen ordentlicher wird. Klingsi-Klongsi. Dingsi-Dongsi. Was haben wir? Hier, komm. Da steht doch was dran. More Shearer. Okay. Wir sind auf jeden Fall in... Entweder sind wir in Irland oder wir sind hier oben. Die sprechen. More Shearer. Behera. Rings of Barrera. Bailey. Kaisel in Kaiselton Beery. Das Kaisel Bar. Ja, wir sind in Kaiselbeery. R575. Wir gucken mal. 300... 400... 500... 600. Okay. Hier vielleicht irgendwo in der Ecke. Hm... 18... 520... 24... 57... Nee, 75. Fast. 51... 800... 56... 877... 582... 577... 78... 76... ... ... ... Und... Wo ist die 75... Okay, aber hier ist die 76. Und jetzt können wir hier mal nach den Orten gucken. Kaiselton Beery. Hier ist auf jeden Fall... Hier ist auf jeden Fall Kaisel Island... Und Bailey Desmond... erscheint... ... ... ... ... ... ... ... ... ... vielleicht nicht wir haben hier über das ding geguckt okay aber die wir fahren die 75 und hier ist wie heißt denn das ding hier blablabla in beachview in okay das beachview in hier ist das beachview okay also hier sind wir gerade an der stelle passt das auch das geht nach süden weg er passt das geht nach süden weg die straße macht hier auch so ein komisches ding das heißt wir kamen von hier und die einzige straße okay wir können auch von hier gekommen sein wir sind richtung nordosten gefahren am wasser entlang das heißt wir können eigentlich nur die straße hier gefahren seien um ja eigentlich nur hier nicht können wir stehen so und hier macht die straße knick nach nach südwesten nordosten südenwesten die frage ist wo ist das hier das könnte das dahinten seien ich war dann wären wir irgendwo hier vor wir stehen auch beim kleinen haus mit einer straße ich meine hier ist ein kleines haus und wir sind direkt am wasser also nicht mal zehn meter oder 20 meter es kann nur die stelle hier sein oder hier hinten wäre das andere das häuschen hier dann stehen wir vielleicht doch da aber guck mal das hier ist die erste einkerbung da und dann kommt noch eine das sind die hier würde ich sagen da hinten wird es grauer bei uns ist er glatt und geht in die dings über das heißt eigentlich sind wir eher schon hier hier irgendwo nicht okay wir gucken auf das ding wenn wir nach westen gucken gucken wir das hier entlang das heißt hier stehen wir vielleicht hier ich glaube besser kann ich es nicht eingrenzen unsere straße geht nach nordosten und knickt dann nach osten ab da ist der knick ich würde sagen wir stehen hier finish da okay die straße ja nicht also da ist ein zaun die straße kann nicht befahren werden das hätte ich nicht genommen also wenn ich jeden punkt hier genommen hätte aber nicht den da und die dinger sind auch viel zu weit drin also das wasser geht ja inzwischen bis hier also ja gut na gut ein punkt liegen gelassen ei 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 und damit ab zu runde 3 wo sind wir jetzt n 726 e 314 waggemanns gel ähm belgien e 314 oder niederlande n 700 aber n haben die hier nicht 726 oder luxemburg 300 ne die haben ja aber alle 400 da 313 hier 313 dann muss ja die 314 hier 314 hier vorne sind wir da läuft sie lang habt sie gespottet und das bei n 726 bei löwen 700 726 ok das ist eine kleine 723 723 715 744 726 hier und wir sind an einem kreisverkehr direkt und nach nordosten geht es da hin dann sind wir in dem kreisverkehr ja an der stelle finish oh naja ok da war ich mir zu sicher hätte ich nochmal reinfahren sollen na gut na gut hier in ihre kreisverkehre es ist aber auch schon spät 17.000 Punkte nur 32 Minuten in Taiwan vergurkt Irland 10 Minuten und 1 Minute 37 in Belgien da hätte ich mir mehr Zeit nehmen müssen 17.985 Punkte ei 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 beim nächsten Mal machen wir es besser bis dann